Dann haben wir Troje Die Runde sieht gut aus Im Ersten hat die Leute verbessert Persönliche Bestzeit für ihn Dann ist er zwar deutlich langsamer noch als die Spitze Aber er wird sich da weiter nach vorne schweben Also schauen wir mal zu, was Max Verstappen hinbekommen Für Max Verstappen Für Max Verstappen Eine persönliche Bestzeit Es wird auf jeden Fall eine Zeitverwässerung geben Für Max Verstappen Für Max Verstappen kommt hier bei uns Bei Status 7 vorbei Mit einer Zeit von 1.14.5.18 Achtstürzte Zeit für ihn Amelioration